Hallo Leute, wir haben für euch mal wieder umgebaut. Unsere Valo Jumps, vielleicht kennt ihr es noch aus der Main Hall oder der Ballhalle, die haben wir jetzt aus der Ballhalle abgebaut und hier hinten hinter der Einweisung wieder aufgebaut. Valo Jump funktioniert so, ihr werdet von einer Kamera aufgenommen beim Trampolin springen, seid dann die Spielfigur im Spiel und alles mögliche, was ihr eben im Spiel machen müsst, steuert ihr mit eurem Springen.